Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play verregnetem Skyrim Legend Edition Endral. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Bildern für die Andrasta Tapferblutes, die bei einem Überfall entwendet wurden und kommen dem Überfall vielleicht langsam näher, ich weiß es nicht. Hier ist ein Holzwerk. Gehe ich einfach mal rein in das Holzwerk. Ich denke, das ist nicht zu groß. Das ist ja kein richtiger Dungeon oder so, nur eine kleine Mine. Okay. Aber vielleicht ist jetzt trotzdem irgendwas sinnvolles hier drin. Oder ist das einfach gar nichts? Oh ja, hier war nicht schon wieder sowas. Ein Vatürführer. Ach die Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne, habe ich nicht. Das war unerwartet. Dass da sowas plötzlich ist. Was ist denn in den Kisten? Nichts so besonderes. Alter, was? Die liegen hier einfach. Band. Fünf. Gibt mir einen Moment. Ich hole mir gerade was zu trinken. Ich muss meine Stimme vorbereiten. Kapitel 5. Kalian. Ich glaube, ist das das nach dem Wort, ne? Ja, genau. Wir haben jetzt gelesen, vier, dann zwei, nee, dann drei davor, wie er in die Taverne reinkam und wieso er sie ermordet hat. Davor halt vier, wie er sie ermordet hat und jetzt passiert das danach. Der Mann vor mir überragte mich um meinen halben Kopf und hatte eine athletische, aber nicht grobschlechtig wirkende Statur. Seine Augen waren pechschwarz und glänzten. Ins Auge stach mir jedoch sein Lächeln. Es war ein eigentümliches, schiefes Lächeln und es entweckte in mir den Eindruck, dass nichts diesen Mann zu beeindrucken vermochte. Nicht naiv, wie das eines Kindes, aber auch nicht zynisch, wie das eines alten Mannes, der zu viel gesehen hatte. Da stand er also und wir beide gaben ein absurdes Bild ab. Ich, ein dürrer, hässlicher Mann, auf der Leiche eines Hühnen kniend, die Hände Blut überströmend, das Gesicht apathisch und die Tatwaffe neben meinen Füßen. Er, groß, gut aussehend und elegant gekleidet, mit verschränkten Armen und mich neugierig musternd. Plötzlich brach ich ein bärstendes Gelächter aus. Ich warf meinen Kopf in den Nacken und begann zu lachen, laut und schallend. Das Lachen eines Mannes, den die Situation, in der er sich befindet, der hat überfordert, dass sein Gehirn sich nicht anders zu helfen weiß. Ich versuchte von der Leiche hinabzusteigen und rutschte aus, als meine Hände auf dem blutgetränkten Boden keinen Halt fanden. Länge nach fiel ich auf den toten Körper unter mir und spürte, wie sich dessen noch warmes Blut auf meiner Haut verteilte. Du hast nicht aufgegessen, schoss es mir durch den Kopf. Böser Jail. Anstatt mich in die Realität zurückzuholen, befeuerte dieser unsinnige Gedanke mein wahnsinniges Lachen nur umso mehr. Ich rollte mich auf den Rücken, hielt mir den Bauch und rang nach Luft. Der Mann, dessen Name ich zu dieser Zeit noch nicht kannte, reagierte ebenfalls eigentümlich. Erst rieb sich mit Daumen und Zeigefingern das Kinn und furchte seine Augenbrauen. Er wirkte wie ein Bauer, dessen Schaf gerade begonnen hatte, wie vom schwarzen Wächtergebissen im Kreis zu hüpfen und dabei wie von Sinnen zu blöken. Dann aber stimmte er in mein Lachen ein. Für mich oder dem, was mein vollkommen beförderter Verstand zu dieser Zeit war, machte all dies die Situation nur noch absurder und ich schnappte gierig nach Luft, als meine Lungen vor mir vor lauter Lachen zu versagen drohten. Dann, als heiße Tränen meine Wangen herunterzulaufen begannen, hörte ich ein dumpfes Geräusch. Mir wurde schwarz vor Augen und ich verlor das Bewusstsein. Ich erwachte mit einem metallenen Geschmack im Mund. Meine Augenlider waren schwer und verklebt und als ich sie öffnete, war meine Sicht verschwommen. Ich befand mich in einem Wald, genauer gesagt unter einem kleinen Vorsprung, dessen Mutterfelsen sich inmitten eines Meeres dunkler Pinienbäume befand. Außerhalb des Schutz spendenden Vorsprungs prasselte der Regen in Strömen herab und wäre nicht das gleißende Feuer gewesen, das sich von einem guten Abend weit von mir befand, hätte ich vermutlich gefroren. Ich versuchte, meinen Blick zu wenden und meine Umgebung zugesamtheitlicher zu erfassen, aber ein beißender Schmerz explodierte in meinem Hinterkopf, als ich es versuchte. Ich keuchte und kniff instinktiv Augenlider und Lippen zusammen. Guten Abend, vernahm ich irgendwo eine plötzlich Stimme, irgendwo in meiner Nähe. Erschrocken versuchte ich erneut, meinen Blick zu ihrem Ursprung zu wenden, nur um mit einem ebenso heftigen Schmerz bestraft zu werden. Diesmal entwich mir ein kleiner Schmerzensstreit, den die Stimme neben mir mit einem Lachen quittierte. Dann hörte ich, wie sich jemand aufrichtete und in Bewegung setzte. Schließlich kamen die Stiefel der Figur in mein Blickfeld und sie ging vor mir in die Knie. Es war der Schönling. Er hatte seine kinnlangen Haare zu einem kurzen Männerdutt zusammengebunden, was ihn in Kombination mit seinem Bart das Aussehen eines arazialischen Mönches verliehen hatte. Wäre da nicht die elegante Kleidung gewesen. Tut mir leid wegen der Brüle, sagte er und lächelte entschuldigend. Da habe ich wohl etwas übertrieben. Verwirrt sah ich den Mann an. Meine Erinnerungen an die Erreignisse des Vortrags waren verschwommen und verblichen. Die Taverne, die Demütigung durch die beiden Muskelprotze, mein Racheplan, der Stall. Die Erkenntnisse trafen mich wie ein Wildschlag einen morschen Baum auf einer Lichtung. Ich hatte ihn umgebracht, massakriert. Ich presste meine Hände vor meinen Mund und spürte, wie ich an ganzen Leib zu zittern begann. Dann traf mich jedes Detail der gestrigen Nacht mit der Wucht eines Hammerschlages. Wie der Hühne mich auf frischer Tat ertappt und zu Boden geschmettert hatte. Die Schmerzen, als er mit den Stiefeln immer und immer wieder auf mich eingetreten hatte. Und das Aufsteigen lodernder Wut. Dann das schmatzende Geräusch, als mein Dolch den mir zugewandten Rücken eingedrungen war. Sein fassungsloser Gesichtsausdruck, sein stummes Flehen nach Gnade. Mein Rausch, meine Genugtuung, meine Ekstase, die sich mit jedem Dolchstoß gesteigert hatte. Ohne Vorwarnung erbrach ich mich auf meinen eigenen Kleidern. Ich hustete und würgte und spürte, wie mir zeitgleich Tränen in die Augen stiegen. Abgeschlachtet, du hast ihn abgeschlachtet, schoss es mir durch den Kopf. Immer und immer wieder. Ich war derart versunken in meinen Gedanken, das ich um die Existenz des Mannes neben mir vollkommen vergaß, bis meine Erinnerungen an den Punkt angelangt waren, an dem ich mein Bewusstsein er verloren hatte. Fassungslos starrte ich mein Gegenüber an. Er hatte sich keinen Finger weit von der Stelle bewegt und kniete nach wie vor neben mir. Sein Mund lächelte, aber seine Augen blieben vollkommen ernst, beinahe andächtig. Was hatte das zu bedeuten? Hatte der Mann mich niedergeschlagen? Er musste es getan haben. Und hat mich ebenfalls hierher gebracht. Aber warum? Als hätte er meine Frage aus meinen Augen gelesen, löste er sich aus der Starre, erschütterte den Kopf, lächelte und deutete dann auf ein kleines Täschchen, das direkt neben meiner Schlafmatte lag. Verunsichert sah ich ihn an und sein Brinsen wurde breiter. Was ist? Du schaust mich an, als wäre ich Tal Dargards Geist höchstpersönlich. Er spürte, wie ein wenig meine Anspannung von mir abfiel. Dennoch brachte ich kein Wort aus meiner Kehle, woraufhin der Mann vor mir seine Lippen schürzte. Du solltest mal in den Beutel schauen. Es sei denn, du schmückst dich gern mit deinen eigenen Erbrochenen, sagte er und deutete erneut auf die Tasche. Erst jetzt kam ich seiner Aufforderung zögerlich nach und griff in die Tasche und brachte ein großes, blau und weiß besticktes Stofftuch heraus zum Vorschein. Wieder wandte ich meinen Blick dem Mann zu, wie ein Kind, dem etwas gegeben worden war, das es nie zuvor in den Händen gehalten hatte. Mein Gegenüber furchte skeptisch die Augenbrauen und erst jetzt begriff ich, wie seltsam mein Verhalten ihm erscheinen musste. Muss es das? Er hat mich schließlich hierher gebracht und er weiß, was passiert ist. Widerwillig richtete ich mich auf und begann im Schneidersitzen mir mit dem Tuch die Überreste des gestrich verzerkten Flüsterkrauts von meiner Robe zu wischen. Der Mann beobachtete jede einzelne meiner Bewegung aufmerksam. Dann stand er auf und wandte sich dem prasselnden Feuer zu, auf dem, wie ich erst jetzt bemerkte, etwas köchelte. Trinken. Mein Mund schmeckte unangenehm bitter von meiner Galle und meine Kehle war trocken wie die Dün in der Pulverwüste. Für einen Moment spürte ich Hunger, aber sofort kamen mir die gestrigen Ereignisse vor Augen und der Appetit verging mir schlagartig. Der Mann schöpfte mit einer Kelle etwas aus dem Kessel über der Flamme und ein schwacher Windhauch trug einen angenehmen Geruch von Zuckerminze und Honig zu mir herüber. Dann wandte er sich wieder mir zu. In jeder Hand einen leicht zerbeuten Becher. Er reichte mir einen davon und ließ sich auf einen kleinen Baumstumpf wieder. Es ist nur das erste Mal so schlimm. Ich zuckte so zusammen. Wie meinen? Du fast stehst nicht schon. Für einen Blick schweifte sein Blick ab. Dann schüttelte er kaum merklich den Kopf und wandte sich wieder mir zu. Aber wo bleiben meine Manieren? Er klopfte sich mit der Faust gegen die Brust. Ein militärisches Salut, das mir an ihm umpassen erschien. Ich bin Kalian. Er sah mich erwartend an und als kleine Erwiderung kam, fuhr er fort. Und du? Zuerst war ich geneigt, den Mann einen falschen Namen zu nennen. Dann besand ich mich aber eines Besseren. Jael. Jael Gerbers Sohn. Der Mann streifte kurz seine Handschuhe ab, reichte mir seine Hand und ich schüttelte sie. Sein Händedruck war warm und kraftvoll. Jael also. Sehr erfreund. Er lächelte und sah mir dabei ohne zu blinzeln geradewegs in die Augen. Ich spürte einen Schauer der Ehrfurcht meine Wirbelsäule herunterjagen. Was für eine Ausstrahlung. Ich dachte kurz an die junge Frau, die Kalian gestern gegenüber gesessen hatte und verstand nun den ergebenen Blick, mit dem sie ihn angesehen hatte. Beklommen senkte ich den Kopf. Für einen Moment beneidete ich Kalian um sein Aussehen, sein Auftreten und seine gewinnende Art. Trotz der tausend Fragen, die mir über ihn in meinen Kopf herumgeisterten, kam ich nicht darum, den Fremden zu mögen. Und ich war mir sicher, dass ich nicht der Einzige war, dem es so ergehen musste. Er strahlte eine Abenteuerlichkeit aus, mit der man das Schicksal hätte herausfordern können. Kalian zog seine Hand zurück und nahm einen Schluck Tee. Okay, so, wo fangen wir an? Ich sah ihn hilflos an. Wo? Ich schluckte. Womit? Na, mit den Fragen. Er schmunzelte. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keine hast. Er sah mich kurz abwägend an. Oder vielleicht sollte ich den Anfang machen. Woher kommst du, Jael? Du siehst nicht wie ein Mann von Welt aus. Aus... Aus einem kleinen Dorf, erwiderte ich vorsichtig. Als Kalian als Reaktion jedoch nur die Augenbrauen hochzog und mich fragend ansah, fügte ich Nebelheim zu. Nebelheim also. Kein sonderlich aufregender Ort. Diesmal war ich es, der die Augenbrauen hochzog. Ihr kennt Nebelheim? Kalian machte eine wegwerfende Handbewegung. Ich habe dort mal auf einer Mission Halt gemacht. Ihr habt eine beschauliche Taverne. Er lächelte. Und ein paar schöne Frauen. Ja, sicherlich. Was bei Malphys will dieser Kerl von mir? Er hat mich gestern inmitten meiner Tat ertappt. Er weiß es. Und jetzt plänkelten wir wie zwei Jäger, die sich auf einem Krug Met in einer Schenkel kennengelernt hatten. Ich beschloss, einen Vorstoß zu wagen. Nicht aus Mut oder Kühnheit, sondern weil ich die Unausgesprochenheit der Worte nicht mehr ertrug. Hör, Kilian. Ich spürte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildete und trank rasch einen Schluck meines Tees, der, wie ich feststellte, derart heiß war, dass ich mich fragte, wie mein Gegenüber ihn hatte trinken können, ohne sich die Lippen zu verbrennen. Wie komme ich hierher? Kalian lächelte nachsichtig. Ich habe dich hergebracht. Er schien meinen irritierten Gesichtsausdruck zu bemerken und fügte hinzu, nachdem ich dich niedergeschlagen habe. Sagen wir, du hattest deine Schwierigkeiten, mit der Situation angemessen umzugehen. Kurz herrschte Stille. Dann sagte er, um die Leichen habe ich mich gekümmert. Das Wort traf mich wie ein Hammerschlag und ich spürte, wie eine Ladung Galle erneut anstalten, machte meine Speiseröhre am Port zu schießen. Diesmal gelang es mir jedoch, den Brechreiz zu unterdrücken. Das Ergebnis war ein widerwärtiger Geschmack auf meiner Zunge. Ich hustete und sah den Mann vor mir schließlich mit verunsicherten Augen an. Er redet, als wäre das alles vollkommen normal. Aber das war es nicht, verflucht nochmal. Ich hatte ein Verbrechen begangen und schlimmer als das Verbrechen selbst war die Art und Weise, in der ich es vollzogen hatte. Ich bin ein Monster, ein gottverdammtes Monster. Als hätte er meinen Gedanken gelesen, beugte er sich ein Stück vor. Ich weiß, was du jetzt denkst, Dael. Du fühlst dich schuldig, richtig? Du hältst dich für einen Monster oder dergleichen. Ich sah ihn verunsichert an. Dann wandte ich meinen Blick ab, was er als Zustimmung zur Interpretation schien. Dann schlag dir diesen Unse mal aus dem Kopf. Was du getan hast, war das einzige Richtige. Ein trauriges Lachen entwich meiner Kehle. Das Richtige? Ja, aber warte. Er rieb sich sein Kinn mit den Daumen und Zeigefinger und sah kurz in das Feuer. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, dann wirst du verstehen. Ich nickte, überflüssigerweise, denn er begann bereits zu erzählen. Es war einmal eine Familie. Insgesamt waren es fünf Leute. Eine Frau, ihre beiden Männer und zwei Kinder. Er schien zu bemerken, dass sich die Stirn runzelte. Und sie kam aus Kyra. In Kyra lebt man nämlich anders als dir, weißt du? Dort gibt es nicht nur die Zweierbünde der Gefährdenschaft, sondern auch Menschen, die in größeren Familienbünden, genannt Zirkel, zusammenleben. In jedem Fall, er pausierte und nahm einen Schluck seines Tees. Hatte diese Familie nicht viel Glück im Leben gehabt. Einer der beiden Männer, genannt Keshan, hatte kürzlich seine Arbeit auf einer Zuckerrohrplantage unmittelbar vor Al-Grasim, der Hauptstadt des Landes, verloren. Auch die Frau, die bei einem reichen Handelsmann als Weberin gearbeitet hatte, verblieb ohne Arbeit, nachdem eben dieser Händler in einen wirtschaftlichen Engpass geraten und gezwungen gewesen war, ihre Stelle aufzulösen. Allgemein war die Lage in Al-Grasimisch schwierig, die Straßen waren gefährlich, die Fleischmadenseuche wütete und es war keine gute Zeit für einen Zirkel mit zwei Kindern und keinen müden Penial in der Tasche. Also beschlossen sie, ihr Glück woanders zu versuchen. Seine Augen schwenkten in die Firne, in eine neue, bessere Welt, in ein neues Leben und deshalb, er wandte sich wieder mir zu, reisten sie von ihrem letzten Ersparten nach Enderal. In Ark angekommen, bemerkten sie jedoch, dass das Leben hier nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die Preise waren selbst im fremden Viertel für sie unbezahlbar und bis auf einen der Männer sprach keiner im Zirkel Endraelisch. Deshalb zogen sie in die Unterstadt. Für einen kurzen Moment meint sich so etwas wie Melancholie in seinen bärensteinfarbenen Augen zu erkennen. Kennst du die Unterstadt, Yael? Ich, ich habe davon gehört, ja. Er nickte. Gut, dann weißt du ja sicherlich auch, dass sie kein sonderlich familienfreundlicher Ort ist. Die Straßen sind gefährlich, Mord und Erpressung sind an der Tagesordnung. Es ist ein Elendsviertel. Und das Zynischste an ihm ist, dass sich die Höhle, in der es errichtet wurde, sich genau unter dem Arker Oberviertel befindet, wo Adelsmänner Maskenbälle feiern und über Ethik und Moral philosophieren. Bei dem letzten Teil seines Satzes durchzuckte eine Wut Kali ans Auge. Sie blieb einen Moment und verschwand dann wieder, so schnell sie gekommen war. Jedenfalls bezog die kleine Familie eines der brüchigen Kastenhäuser an einer Gasse, das sich Kanalstraße nannte. Die Straße war genau, wie ihr Name vermuten lässt, stinkend, dunkel und schmal. Es war beim besten Willen nicht der Neuanfang, den sie sich der Zirkel vorgestellt hatte. Aber dennoch ließen sich die drei Eltern sich nicht entmutigen. Sie wussten, dass ein neues Leben oft mit Höhlen verbunden ist. Und sie waren entschlossen, diese zu überwinden. Außerdem gab ihnen der Glaube zu ihrer Landerkraft. Sie hatten einen kleinen Schrein in ihrem winzigen Häuslein errichtet, das eigentlich nur aus einem großen, mit Stofftüchern abgetrennten Raum bestand. Jeden Abend beteten sie dort zu ihrer Göttin. Und aus ihrem Andenken zogen sie Mut und Stärke. Und tatsächlich schien sich alles zum Besseren zu wenden. Als Kishan eine Anstellung bei einem Bauern vor den Mauern der Stadt bekam. Nun magst du vielleicht nicht verstehen, wie eigentümlich so etwas tatsächlich ist. Aber lass mich dir sagen, dass ein Unterstädter und dazu noch ein Dunkelhäutiger die Gelegenheit zu einer festen, ehrlichen Arbeit bei einem Bauern im Herzenland bekommt, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie das ein Vatür lesen und schreiben lernt. Kishan wusste davon. Denn wenn er und sein Zirkel eines gelernt hatten, dann, dass es viele Menschen gab, die ihn und seine Familie alleine ihrer Herkunft wegen hassten. Und nicht nur die Oberstädter. Selbst ihre Nachbarn riefen auf der Straße, vier Ficker oder Kohlemenschen daher. Denn so ist das in dieser Welt, mein Freund. Die Menschen fürchten sich vor dem, was sie nicht kennen. Ob es nur ein Familienbund mit mehreren Eltern, ein Eiterner oder ein Mensch mit schwarzer Haut ist. Alles Fremde erscheint erst einmal gefährlich. Aber gerade deshalb legte Kishan sich umso mehr ans Zeug. Jeden Morgen stand er noch weit vor dem ersten Hahnenschrei auf und nahm den langen, beschwerlichen Weg zum Hof des Bauern auf sich, bei dem er arbeitete. Und erst als die Sonne schon lange hinterm Horizont verschwunden war, kam er zurück. Die Arbeit war hart, aber dennoch war er dankbar, um die Möglichkeit ihm und seiner Familie, insbesondere seinen beiden Kindern, ein besseres Leben zu schenken. Kalyan hielt kurz inne, griff nach einem Holzscheit und warft diesen in das Feuer. Dann fuhr er fort. Aber so sollte es natürlich nicht kommen. Denn unter all den noblen Menschen, die in Ark leben, gibt es eine, wie soll ich sagen, eine Gruppierung. Sie nennt sich die Zitadelle und sie sieht sich als Bastion traditioneller Werte, wie sie es nennen. Und irgendwann hörten auch sie von den Kohlemenschen, der einen hart arbeitenden, ehrlichen Endraela die Anstellung als Land auf dem Hof des Bauern weggeschnappt hatten. Den Anhängern der Zitadelle war klar, was sie tun mussten. Und eines Nachts, als Keshan zu seinem Häuschen in der Kanalgasse zurückkam, spürte er, dass etwas nicht stimmt. Er konnte sein Argwinn nicht begründen, aber er spürte es einfach, so wie eine Mutter spürt, wenn ihr Sohn etwas zugestoßen ist. Was genau, fand er in dem Moment heraus, in dem er sein Haus betrattet. Alle waren tot, seine beiden Kinder, Lililia und Garel, sein Mann Jacek und seine Frau Samira. Erste fand er in einer Ecke zusammengekauert und in einen splutigen Stofflaken gehüllt, Lilia hatte meine Kehle durchgeschnitten und Garel die Oberschenkelarterie. Jacek schien gekämpft zu haben, denn er hatte mehrere Stiche in die Brust abbekommen, bevor man ihn geköpft hatte. Und Samira lag flach auf dem Tisch, die Hände vor ihre Augen gehalten und das Blut zwischen ihren Beinen ließ, keine Fragen auf ihm, was man ihr vor ihrem Tod angetan hatte. Und gerade, als Kishan schreien wollte, spürte er einen brennenden Schmerz im Rücken und schließlich ging er tot zu Boden. Den letzten Teil der Geschichte hatte Kalian erzählt, ohne dabei mit einer Wimper zu zucken. Ich sah ihn fassungslos, ratlos an. Wieder hielt er meinen Blickstand, ohne zu blinzeln. Sag mir, Jail, was hältst du von meiner Geschichte? Gefällt sie dir? Ist sie wahr? fragte ich aus der Mangelung einer besseren Erwiderung. Ja, sie ist wahr. Ich sah Kalian ratsuchend an. Was zum Geier erwartet er von mir? Das ist schrecklich. Kalian nickte. Richtig. Und was würdest du nun sagen, wenn ich dir verraten würde, dass die beiden Männer, die wir gestern getötet haben, Mitglieder der Zitadelle waren? Ich erstarrte zu Stein und mein, äh, ganzer Körper versteifte. Bitte? Die beiden Affen, die tot am Boden des Weihers liegen. Mir fiel nicht auf, dass er genau dasselbe Wort für sie verwendete, wie ich, in meinen Gedanken. Sie waren Mitglieder der Zitadelle, und sie haben die Familie des Kuraners ermordet. Natürlich für alles, für das höhere Gut. Wieder diese gleißende Wut in meinen Augen. Ich verstehe nicht, erwiderte ich, obwohl ich verstand. Kalian fängte die Augen zu einem Schlitz. Doch, du verstehst. Salbor und Adrieu Mittal, beides Söhne eines reichen Fürsten aus dem Endralea-Norden und Mörder. Für einen kurzen, irrationalen Moment spürte ich, wie mich eine Welle des Triumphes durchflutete. Sie hatten es verdient zu sterben. Meine Mundwinkel zuckten. Dann jedoch drängten sich die grausamen Bilder wieder vor meinen Augen, und die Erinnerung war wieder da. Die Erinnerung an die Freude, die ich empfunden hatte, als ich diesen Mann erstochen, ja massakriert hatte. Das Blut. Aber ich wusste nichts davon. Und selbst wenn, dann... Ich brach mitten im Satz ab und senkte meinen Blick. Wie sollte ich nur ansatzweise beschreiben, was ich fühlte? Einen Moment lang herrschte Schweigen zwischen uns. Ich wollte geradezu einer Frage ansetzen. Da tat Kalian etwas Unerwartetes. Bevor ich recht wusste, was mir geschah, war er plötzlich unmittelbar vor mir, so dass unsere Gesichter nur noch knappe zwei Hand weit untereinander entfernt waren. Ich wäre zurückgewichen, aber etwas an Kalians Blick lähmte mich. Ich war unfähig, mich zu bewegen, wie zu einer Wachsfigur erstarrt. Für einen kurzen Blick konnte ich die Veränderung in ihm nicht genau einordnen. Dann bemerkte ich es. Seine Augen loderten. Erst meinte ich, dass es sich um eine Reflexion des Lagerfeuers handeln müsste. Aber als ich begriff, dass Kalian mit dem Rücken zum Feuer stand, wurde mir klar, dass seine Augen tatsächlich ihre Farbe geändert hatten. Sie wirkten wie glühende Kohlen. Wie ein Kerzendocht, eine Sekundenbruchteil bevor er erflammt. Auch sein Gesicht hatte nichts mehr von der Juvialität, von der es die vergangenen 30 Minuten geprägt gewesen war. Dann begann er zu sprechen. Leise, aber dennoch verständlich. Und in einem Tonfall, der mir trotz der Hitze des Feuers einen kalten Schauer der Webelsäule herunterjagte. Dieser Abschaum hatte es verdient zu sterben, Jael. Sie waren verdorben. Er machte keine Anstalt, das letzte Wort zu erklären. Ich war im Roten Ochsen, weil ich für ihre Tötung erwählt worden war. Und indem du mir zuvor gekommen bist, hast du mir und der Welt einen Gefallen getan. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, in diesem Moment zu antworten, aber irgendwie tat ich es, wenngleich meine Worte nicht mehr als das Flüstern waren, gleich denen eines Todgeweihten am Sterbenbett. Aber ich habe es genossen. Ich spürte, wie ein schrecklicher Ekel vor mir selbst weder Besitz von mir ergreifen wollte. Eine flaue Angst, die Last auf der Psyche eines Mannes, der weiß, dass er etwas Schreckrohsames getan hat. Meine Schultern sackten in sich zusammen, und ich senkte meinen Kopf, so als hätte ich ihn soeben nicht Kalian, sondern Malfa selbst von der Ekstase, die ich während der Tötung empfunden hatte, erzählt. Aber Kalian ließ es nicht zu. Als hätte er bemerkt, was ich im Begriff war, in mir zu geschehen, legte er seine Rechte auf meine Schulter und drehte mit seiner Linken mein Gesicht so, dass ich ihn direkt ansah. Dann sprach er, langsam und klar, Ich weiß, Jael. Und weißt du auch, warum? Er ließ mir keine Zeit für eine Erwiderung, weil du gespürt hast, was sie getan hatten. Du hast ihre Verbrechen gespürt und ihre Schuld. Und der Rausch war die Belohnung für deinen Mut. Er schwieg einen kurzen Moment. Es war der Nektar ihrer Sünden. Dann, mit einem einzigen flüchtigen Augenblick, war es wieder vorbei. Das Glimm in Kalians Augen war verschwunden. Er hatte sich wieder zurückgelehnt und ein Blick auf sein jetzt wieder eher sympathisches Gesicht ließ mich daran zweifeln, ob mir mein Verstand nicht soeben einen Streich gespielt hatte. Er schwieg. Nach etlichen Minuten des Schweigens ergriff ich das Wort und stellte die entscheidende Frage, ohne zu wissen, was genau ich eigentlich fragen wollte. Warum? Kalian aber verstand. Weil du besonders bist. Und weil in deinen Adern dasselbe Blut fließt, wie in meinen, in denen unsere Brüder und Schwester. Ich sah ihn ratlos an, am Ende meiner Aufnahmebereitschaft angelangt. Brüder und Schwester? Ich konnte nicht mehr und ich spürte mit einem Mal, wie meine Lieder bleich schwer und meine Glieder matt und kraftlos wurden. Kalian schien es zu bemerken. Wir haben noch eine lange Reise vor uns und dann werde ich dir alles erklären, was du wissen musst. Jetzt legte ich erstmal schlafen. Einen Augenblick, Moment lang, kehrte das Funkeln von mir in seine Augen zurück. Die Dämmerung naht. Am nächsten Morgen zogen wir Gen-Arc. Ihr mögt euch nun fragen, warum ich dem seltsamen Mann folgte und ich kann euch keine klare Antwort auf diese Frage geben. Sicherlich wäre vieles anders gelaufen, wenn ich mich im Grau des Morgennebels davongestohlen hätte. Aber ich konnte es mal allein in meiner Erschöpfung wegen nicht. Und selbst wenn, hätte ich es vermutlich nicht getan. Vielleicht spielte auch der seltsame Umstand mit hinein, dass alles, was in der vergangenen Woche erlebt hatte, mir aus irgendeinem bizarren Grund vertraut erschien. Und Kalians Worte hatten auf mich eine gar hypnotische Faszination ausgeübt, die ich nicht begründen konnte. Es war der Nektar ihre Sünden. Zwar geisterten noch tausende Fragen in meinem Kopf herum, aber dennoch war das Wissen, dass der Mord, den ich verübt hatte, gerechtfertigt gewesen war und dass ich damit etwas Gutes getan hatte. Ein Halm, an den sich mein geplagter Geist klammern konnte. Zu wissen, dass man eine Menschen getötet hat, ist ein eigentümliches Gefühl. Wie bunt malen sich junge Soldaten und Gardisten ihre Träume von Ruhm und Ehre, wie erhebend stellen sie sich das Gefühl vor, einem Unrechtsschaffenden ihr Schwert in die Brust zu treiben. Und obgleich Letzteres bei mir aus anderen Gründen zutraf, hatte das Nachspiel einer solchen Tat rein gar nichts Erhebendes an sich. Es war ein wechselnder Zustand zwischen geistiger Stasis, in der man rein gar nichts fühlt, und Blitzlichtern der Erkenntnis, in dem einen der Ekel und die Schuld übermannte, wie die Herbstfluten die Küste Myas. Kann das Töten jemals gerechtfertigt sein? fragte man sich in diesen Momenten. Je öfter man es jedoch tut, desto seltener feiern die Zweifel und desto stärker wird die Kälte, bis das Nehmen eines Lebens irgendwann gewöhnlich wird. Jener Zustand war dem Mann, der ich damals war, jedoch noch fremd. Und als mir Kalian im Grau der Dämmerung eine Schale heißen dampfendes Haarverschleims mit blutroten Waldbeeren hinstellte, übermannte mich ein Brechreiz, noch bevor ich auch nur einen Löffel davon gegessen hatte. Ich meinte, einen Anflug von Schuldbewusstsein in Kalians Augen erkannt zu haben. Oder war es Belustigung gewesen? Ich weiß es nicht. Während wir dann unsere Habseligkeiten zusammenpackten, fragte ich erneut nach der Bedeutung seiner gestrigen Aussage. Er schüttete nur den Kopf und sagte, dass man das Feuer genauso wenig durch Gespräche allein begreifen könnte, wie man das Schwimmen durch das Lesen einer Abhandlung über die Konsistenz des Wassers zu erlernen vermag. So kam es also, dass wir beide unterschiedlich wie Tag und Nacht in Richtung der sagenumwobenen Hauptstadt des Landes gezogen waren. Er, wohlbekleidet, gutaussehend und stets selbstbewusst lächelnd, und ich, mit verschlissenen Gewändern, eine Hakennase und dem stets verstörten Blick eines Mannes, der nicht einmal ansatzweise im Griff, wie ihm geschah. Die ersten beiden Tage unserer Wanderschaft waren schlimm. Ich aß kaum und stets meinte ich getrocknetes Blut an meinen Händen spüren oder für menschliche Todesschreie im Vogelgesang hören zu können. Ja, selbst die Stille ließ mir keine Ruhe. Bitte nicht. Am dritten Tag jedoch ging es mir schon besser. Und das erste Mal seit meiner Begegnung mit Kalian spürte ich nicht mehr die kräftezehrende Übelkeit, die stets eintrat, wenn ich einen Moment innehielt und meine Gedanken gestattete, abzuschweifen. Selbstverständlich kann man meinen Gemütszustand beim besten Willen nicht als Vogel mitbezeichnen. Aber dennoch fühlte ich mich auf eine seltsame Art und Weise besser als unmittelbar nach der Flucht aus Nibelheim. Der Grund hierfür war einfach. Die Angst in meinem Magen war verschwunden. Oder besser gesagt, ich hatte das Gefühl, sie besänftigt zu haben, wie ein wildes Tier, das gerade gespeist hatte und weiß, dass zahlreiche Male folgen werden. Ich bin auf dem richtigen Weg. Will seltsam, klangen diese Worte in meinen Ohren. Aber dennoch, ich fühlte mich wohl. Als hätte ich nun endlich ein Licht am Horizont erkannt, dem ich schon mein ganzes Leben hätte folgen sollen. Immer mehr begannen auch meine Schuldgefühle abzuflauen. Zwar hatte ich keine Möglichkeit, es zu überprüfen, aber für mich war klar, dass Kalians Erzählung wahr sein musste. Die arroganten Gesichter, die boshaften Stimmen, die beiden Männer waren böse gewesen. Verdorben. Und die Mitglieder von Kishans Familie wären nicht ihren letzter Ort vor gewesen. Ja, je mehr Zeit ich mit derlei Gedanken verbrachte, desto wahrer klangen sie in meinem Verstand. Während wir wanderten, erzählte mir Kalian außerdem allerlei andere Dinge. Einen großen Teil davon machten Geschichten aus seiner Vergangenheit aus. Ich wusste nun, dass er ursprünglich aus Nerum stammte, was auch seinen subtilen Akzent erklärte. Aufgewachsen war er in Karabait, der Hauptstadt des Nordreichs. Das Nordreich befand sich genau wie das Mittelreich unter der Kontrolle des Kanzlers Baratheon. Aber Kalian spekulierte, dass ein Bürgerkrieg zwischen den nordländischen Separatisten und dem Kanzler nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Er schätzte auf zehn Jahre. Wie er nach Enderai gekommen war, dies habe viele Gründe gehabt. Und mit einem zurückweisenden Blick, aber nicht harschen, signalisierte er mir, dass dies die Kapitel seiner Vergangenheit waren, in die ich noch nicht bereit war zu blicken. Nach einem einwöchigen Marsch war es schließlich soweit. Wir erreichten Arkt. Ich will keine Tinte mit unnötigen Beschreibungen verbringen. Mit Sicherheit ist euch die enderaiische Hauptstadt wohl bekannt und ihr könnt euch ausmalen, wie sprachlos ihr erster Anblick mich zurückliest. Wir hatten sie von einem kleinen Vorsprung aus das erste Mal erblickt. Und ich verbrachte Minuten damit, den im Sonnenuntergang badenden Metropole einfach nur anzusehen. Beeindruckend, nicht wahr? Hörte ich eine Stimme neben mir. Es war Kalian. Ich murmelte etwas, ohne meinen Blick abzuwenden. Woraufhin mein Begleiter ein Lachen entwich. Genieß es. Manchmal ist das erste Mal das Beste, sagte er. Und setzte sich an den Klippenrand, ein Abgrund von gut 400 Armweit zu seinen Füßen. Ich blickte zu ihm und sah, wie er seine Augen geschlossen und den Blick leicht gern Himmel gewandt hatte und sich das rot-goldene Licht der Abendsonne ins Gesicht schienen ließ. Schon wieder spürte ich unwillendlich eine Welle des Neids in mir aufsteigen. Wäre eine junge Frau in jem Moment den Hügel hierauf gestiegen, hätte sie ihn für einen Helden aus dem Einbadenlied gehalten. Aber gleichzeitig spürte ich, dass Kalian sich nicht inszenierte. Nein, er genoss schlicht und einfach den Anblick. Den Moment, das Sonnenlicht. Eine Fähigkeit, die ich in meinem ganzen Leben nie erlernt hatte. Es war bereits dunkel, als wir die Stadt wachen mit unseren Papieren in der Hand um Einlass baten. Sie gaben uns als Handelsmänner aus Aracial aus. Wir hatten des ungünstigen Wetters wegen im Hafen Dünheims anlegen müssen und nach einem kurzen Blick darauf uns die kontrollierenden Gardisten noch passieren. Hatte ich bis dahin noch Gedanken an eine Rückkehr in mein altes Leben als Pater gehabt, so verschwanden diese spätestens zu dem Zeitpunkt, als die schweren Tore hinter uns ins Schloss fielen und das Fallgatter geräuschvoll aus dem Boden aufschlug. Ein Kehr fanden wir an jem ersten Abend in meiner Schenke namens zum Tanzenden Nomaden. Wir tankten dort neue Kraft mit einem deftigen Zuckerrübeneintopf, körnigen Schwarzbrot und sündhaft teuren Cababeta-Tierbier, auf das mich Kilian mit seinem prall gefüllten Groschenbeutel einlud. Diesmal reden wir nicht viel, sondern verwachten den Großteil unseres Aufsehens damit, der Musik einer schönen, rothaarigen Bade zu lauschen, deren dunkle Stimme in Kontrast zu ihrem zarten Äußeren stand. Sie sang traditionelle Volkslieder wie »Das Lied des alten Mannes«, »Den wegelosen Wanderer« und »Die Maite im Silberschein«. Und ich blickte beklommend zu Boden, als Kalian bei letzterem Lied lauthals mitzubesingen begann. Erst als ich bemerkte, dass niemand an seinem guten, wenn gleich nicht außergewöhnlichen Gesang Anstoß nahm, sondern viele ihn sogar zum Anlass nahmen, mit einzustimmen, spürte ich, wie mein unbegründeter Charme wieder von mir wich, weil ich mich zunehmend wohler zu fühlen begann. Wir blieben lange in dem gemütlichen Schankraum, und erst als sich neben uns nur noch fünf weitere Gäste in der Schenke befanden, stellte ich die Frage, die mir auf den Lippen brannte. Und nun? Ich sprach leise, benommen von dem Alkohol und der Lautstärke der vergangenen Stunden. Kalians Blick traf in den Meinen, und er senkte ihn nicht, bis ich irgendwann unangenehm berührt zu Boden schaute. Ich hörte, wie Kalian ein Laut von sich gab, der sowohl ein gedämpftes Auflachen als auch ein Gesäuften hätte gewesen sein können. Nun begeben wir uns erstmal in die Horizontale. Und morgen? Seine Augen funkelten kurz auf. Wartet die erste Lektion auf mich. Ich wusste nichts mit deinen Worten anzufangen. Erste Lektion? Er lächelte. Und das war, ja, ähm, das war der nächste Teil von Der Schlechter von Ark. Bis dahin und tschüss! Tschüss!